so 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 weiter ja heute machen wir mal extra eine extra runde ja jetzt muss ich mal gucken das sieht scheiße aus und keine ahnung was da ist aber YOLO oh shit nee 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 das schaffen wir nicht oder so oh Gott jetzt müssen wir aufpassen alter ich glaube das ist doch zu früh hier ne oh shit äh nee wir können nicht zurück ich verstehe scheiße das ist jetzt eine sache die ich nicht erwartet hätte ach du scheiße los geht's da ist haha gut jetzt weiß ich dass ich hier noch nicht kommen sollte weil ich noch nicht gegen schalach irgendwas oder so ja ich bin hier zu viel zu früh viel zu früh ich hasse das ich fettrolle fucken my life hier äh äh ja da könnten wir hin wir könnten hier entlang ne das ist ja die drachengegend ich glaube ich würde erstmal hier hin gehen wollen wollen und dann äh hier wie waren wir ja schon mal jetzt müssen wir gucken gehen wir in die richtung oder in die ich würde gerne in die richtung gehen in der höfnüc in der höfnüc oh gott nein vergessen vergessen egal jeet erstmal echsen nein ich steckte fest ich wollte durch da ist lass mich durch jawohl ach nö oder ähm fuck it alter kann ich jetzt auch ein schild tragen nein so komm her äh obwohl kann ich mich hier verstecken ich hoffe es so let's go let's go ähm scheiße ich huste nice einmal hier oh gott da ist ja noch einer junge kletter hoch bitte zack 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 so komm jetzt ähm scheiße scheiße hab ich überhaupt Schaden? ja jawoll ok 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 bisschen leiser und meine paar Tränke sogar zurückbekommen jawolleck so den kriegen wir auch noch aber erstmal nehmen wir das hier meine Güte hab was im Hals stecken so Sprinter Mailand und ja du treffst mich nicht komm her Junge äh unschön ja da kann ich nicht mal schnell reagieren so hier kleinerer fällt genau jetzt 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 bin ich bei ihm tja Thaddeus oh nö ne so jetzt abstand läuft ok abstand genau boom nein so oh lol nein 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 dodgen zack leute nice und bam tja Thaddeus das war wohl nix ne hab ich dich geklatscht zack 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 man jawoll gucken wir mal ob hier ne Gnade ist oder sowas ähnliches wäre praktisch nicht den ganzen Weg hier durchcampen zu müssen da sitzt auch schon der Gigachat alter so hier ist aber nichts wie es scheint aber da sind Köpfe wie komm ich denn da runter eigentlich irgendwie und da ist auch ein Baum ich muss mir ich muss irgendwie gucken wie ich da hinkomme obwohl von hier müsste ich dafür gar nicht so schnell ich könnte einfach von hier rüber laufen mach ich beim nächsten mal erstmal zum Gigachat ist das ein Gegner? ich hoffe nicht ne? weil der sieht ein bisschen zu groß aus anvisieren kann ich ihn noch nicht ist das ein Endpc? ich hoffe es Oh! reden? lol ok Ihr könnt nur das rote Rufzeichen des Ritters des großen Gefäßes sehen Ok und was ist das? Diesen Gegner herbeirufen, ja klar Gucken wir mal Wo der auch immer erscheint Ah, hinter uns Okay, hallo Ah Oh, thank you, is fuck Und schnell auch noch Und zack Nein Keine Ahnung, was das macht Okay Was? Wieso hat das nicht getroffen? Ah, ich sterbe, oder? Heilen Vielleicht doch ein zu starker Gegner für mich Oh, lol, what? Okay, das schaffe ich nicht Nie im Leben Na Obwohl Vielleicht Heilen Nein Wegrennen kann ich so oder so nicht Oh Gott Ja, ja Ich will, dass du Oberall bist Ui Oh Gott Nein Nice Nein Alter Heilen Alter Scheiß die Wand an Was für eine dumme Scheiße Bam Okay Jawohl Jawohl Noch eine So könntest du eventuell gewinnen Heilen Weil Ich weiß nicht, wie stark das Boah Wie viel Mana hat der Bro Bro Nice Aufhacksteckner fest Er muss wieder Da, hör auf, Mann Nö Meine Güte, ich kann ihn nicht angreifen Wenn er die ganze Zeit spammt Bam Oh, lol Das war jetzt unschön Heilen Junge Jawohl Nein Jawohl Ich konnte nicht angreifen Ich dachte, ich hätte er angegriffen Egal Das schaffen wir Das schaffen wir Nein Oh Gott So knapp Und hör auf Dies scheiß Skills zu spammen Okay Nein Oh Gott Ich bin an der Wand Heilen Oh So knapp Ich will jetzt nicht sterben Gegen ihn Jawohl Jawohl Und tot Jawohl Alter Jawohl Gegen die habe ich keine Chance Alter Ritter des großen Gefäßes Nein Nö Abbruch Kann ich mit dir noch so reden Oder tut er was Kann ich hier vorbei Ich hoffe, er macht mir nichts Ne Okay Vielleicht muss ich die alle besiegen Aber ich habe keinen Trank mehr Und ich weiß nicht Ob es hier überhaupt Eine Gnade gibt In der Nähe Ich gucke mal Ob ich von hier eins sehe Alter Diese Schädel Ne Ein Moment Ich gucke mal kurz Wenn ich mal dabei bin Und zwar Ja Ein Moment Ich bin ja jetzt hier Ne Genau Gibt es da überhaupt Eine Eine Gnade Nur Hier Okay Das ist scheiße Ich würde keinen Kampf mehr eingehen wollen Schade Dann War es das wohl Und wir gehen einfach Da hin Oh mein Bein juckt Oh Ich wollte gar nicht hier hin Ich wollte einfach raus Egal Zack Äh Meine Güte So Ich wollte Gehen Wie weit oben bin ich denn Kann ich hier runter springen Nö Dann gehe ich hier hin Zack So Und dann gehen wir Nicht in die Richtung Ne doch In die Richtung Genau Da war auch glaube ich Ein großer Glaub ich zumindest Ich reite noch Erstmal langsam Oh da war dieser Bär Ah ich verstehe Hallo Bär Hey Oh mein Gott Bist du tanky Okay Mal gucken Ob wir den besiegen können Nice Alter Nicht so Zumindest Ich hasse auch diese Die ganzen tiere hier sind so scheiße Heile Junge Wieso hängst du an dem Baum Fuck What the fuck ist denn das Ich sterbe Nein Nein Alter Nice Heile Junge Und wieso Reitest du den schneller Ich will Ich gehe mal vor dem Ich renne mal vor dem weg Der ist ziemlich ekelhaft Alter ist das scheiße Oh hallo Tod Steinschwertschlüssel Hier geht es also nicht lang Gacha Gacha Hätte ich früher bemerken sollen Marikas Fall Vielleicht muss ich den besiegen Will ich das Ich weiß es nicht Ich habe jetzt auch meine scheiß Runen verloren Oh leu Kaled Naja Bro Bleib stehen So Und Inventar wieder Ich habe noch einen übrig Okay Hier wollten wir nicht Oder doch Aber ich muss da hoch Um meine Seelen zu holen Und dann gehen wir da runter Scheiß Bär Alter Meine Güte Ich bin echt überfordert Oder Sollten wir überhaupt Gar nicht hier lang Sondern Sollten lieber Ja ich glaube Es wäre besser Wenn wir diesen Weg gehen würden Nicht wahr Ich hole mir meine Sachen Erstmal zurück Und Tschüss So und dann Gehen wir einfach hier Aber diese Scheiß Alter manchmal wird es so ultra schwer Obwohl ich schon eine starke Waffe habe So Kaled Dann wollen wir mal hier lang Da ist eine Burg Vielleicht können wir da hin Und da ist noch Gegner Vamos Bro Come your Titerinos Nice Nö Ich will den anderen markieren Da Boom Nein Boom Jawohl Alter Scheiße Mit dem Pferd Bisschen schlecht zu einem What Ach weißt du was Target Komm her Tot So jetzt ist er down Get down Do the business Oh leih Der hat nur einen Pilz gejuckt Okay Und Zack Zumindest kein Mimic Und ein normales Item hier drin Schlummerndes Ei Okay 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 Ähm Da hin Nicht wahr Wollen wir da mal hin Oh ne Nicht die geht ja schon dort wieder Ich seh die jetzt schon Ekel mich jetzt schon vor denen Hey Hier ist auch ein Lager Ich sollte Davor auf Und da ist noch eine Ruine Oder sehe ich das richtig Ja so eine Mini Ruine Ne Erstmal hier hoch Zack Oh hallo Na what Kein Tut hier Scheiße Er hat Erfolgreich getutet Und Zack Na Fucking hell Auf dem Pferd ist das scheiße Bam Lämm V Oh oh Links von mir Oh 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 Und tot Ha Boom Nein Ha Get erect Jawoll Und gibt's hier Interessantes Nee Oh lol Irgendwas schießt What the fuck Uiuiuiuiuiui Von wo Da oben Da oben Da muss jetzt Oh Gott Das verfolgt Ja Okay Dann Let's go Nein Spring Meine Güte Ich hasse es manchmal Lul Lul Fuck you bloody Uiuiuiui 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 So jetzt krieg ich dich Du kleiner Splasher Und Nö Nein Das war ein schlechtes Timing Heilen 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 Jawoll Oh nö Nicht mit mir Nicht mit mir Jawoll Okay die Heilung auch zurückbekommen Tut ihr mir was oder lasst ihr euch leben Keine Ahnung Tod ist Tod Was kann man hier entdecken Uff Das sieht jetzt schon nicht schön aus Oh mein Gott Zwei sogar von den Ja leck mich am Zuckerli Ich bin weg Gar kein Bock Auf zwei von denen So Und da komme ich 100 pro nicht rein Oder Ja Ne Da komme ich nicht rein Komme ich hier lang Ich glaube Ich weiß nicht So möchte ich sein Aber wenn ich jetzt da runterspringe Bin ich eventuell Stuck Wird eventuell Immer nicht Sehr sicher Ha Will ich da runterspringen Oder nicht Uiuiui Bin fast runtergelaufen Yolo Ne Hier geht es nicht lang Da wäre ich sauer Aber hier geht es sogar lang Hallo Kollege Ah Ja 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 Wer Der sieht mich So Best und Geld What Oh Oh Ohlala Was bist du denn Du hast mich zwar gesehen Aber tust mir noch nichts Hoffentlich oder Hoffentlich kannst du nicht Irgendwie hoch Oder so Und tschüss Kollege Nein Oh Gott Ich konnte noch In der letzten Sekunde drehen Und der ist nicht gestorben Ah jetzt erinnere ich mich Oh Gott Er springt hoch Ich erinnere mich Jetzt sogar an die An diesen Löwen Den hab ich auch in der Eine Burg An der ersten Burg bekämpft Ui Hallo Kollege Nö Nicht mit mir Oh doch Doch mit mir Also Ui Da ist noch einer Jawoll Leck Oh Oh Lol Du ja auch noch Alter Was Dein scheiß Problem Bam Nicht mit mir Nö Scheiße Komm her Ganz ruhig War nur Spaß Nein Aha Hab dich doch gekriegt Uiuiui War das knapp Und was kriege ich Partisan Oh nein Ich hör was Wie hoch ist der Der ist noch dort Okay Ich dachte schon Er kommt jetzt hoch So Wo ist die Partisan Äh Da D D Hm Die ist okay Kommt drauf an Wie schnell die Waffe ist Ne Ähm Ja Ich weiß nicht Ich glaub nicht Ich glaub So gar nicht Aber hey Hier ist was Lasst es Das fest des Krieges Beginnen Stimmt Wir wollten ja in den Süden Erd General Radar Mit dem Ruhm Eines Kriegers Okay Es liegt in euren Händen Sir Jiren Okay Ist Süden in der Richtung Nein Das ist Osten Süden ist Er in der Richtung Aber wie weit In den Süden Können wir denn Ist er dort Ne Das ist so ein Kleines Schloss Sehen wir noch Was krass Weiteres Im Blüten Ne Vielleicht doch Dieser kleine Dieses kleine Örtchen Wer weiß Ich hätte gern Aber eine Gnade Weil ich will Gegen diesen Scheiß Gegen dieses Scheiß Vieh unten Kämpfen Hallo Meine Güte Kletter hoch Oh Ein Teleporter Teleporter Benutze ich diesen Teleporter Na komm Gucken wir mal Wo uns das hinführt Ja Let's do this Und Wohin führt er uns Oh Wir sind mega weit Im Süden Wir können uns Zurück teleportieren Wow Okay Wenn das Wenn das Hier der Südlichste Punkt Ist Dann muss Hier Definitiv Dieser Radar Sein Aber bevor ich Hier weiter Gehe Oh Das war so ein Groß Areal Als ob hier Kein Boss Falt Gnade Oder so Ich brauche irgendwo Gnade Ah ich guck mal Hier nach Ich bleib mal auf dem Pferd Falls was eskaliert Alter Hä So Falls du die Kacke Amdampfen lässt Will ich jedenfalls Weg sprinten Können Hier ist ein Lager Aber kein Gegner Bis jetzt Schmiedstein Okay Bis jetzt ist hier nichts Wir sind definitiv Am lieblichsten Punkt Wenn ich hier eine Gnade Hätte Dann würde ich gerne Zurückporten Und mir die Maske Wollte ich schon sagen Die Karte hole Und da sieht es aus Als ob der Gegner Wäre Ich kann da nicht genau Erkennen Was genau Aber Sieht nach Gegnern aus Egal Bitte Sag mir Bitte Dass hier eine Gnade ist Das würde mich Auf vielen Ebenen Erleichtern Noch nicht Hier ist es auch so Leer Wie groß Dieses Areal Das kann man da hin Das ist wahrscheinlich Nur Deko Da kommt Oder Ich weiß nicht Ob das Deko ist Oder nicht Nein Das ist keine Deko Da kann man Legit hin Okay Was für ein Groß Areal Wenn da kein Bossfighter ist Dann weiß ich auch nicht Aber das ist jetzt gerade Ziemlich creepy Hier Ich hätte gerne Gnade 10.000 Will ich jetzt auch nicht Verlieren Ich könnte ja Hochspringen Aber erstmal gucken Wir am Tor Selbst Aber 100% Kann ich hier nicht rein Ja Ja Dachte es mir Hier komme ich nicht hin Und da sind zwei Von diesen Scheiß Oh Gott Wenn das immer so Schwieriger wird Alter Was ist da mit Radar Wie schwer wird Radar Kann sein Wenn das Gebiet Jetzt schon so schwer Oh warte Rotter Rotter Alter Ich Ich kann Ich will es mir nicht Vorstellen Okay Hier ist keine Gnade Das ist komisch Dann gehen wir mal zurück Uiuiui Zack So Hier können wir es Zurück teleportieren Höchstwahrscheinlich Aber erstmal schaue ich mich hier um Alter Hier Hier ist ja auch einiges Eskaliert Wie es aussieht Und da ist eine Gnade Ich sehe es Und da ist noch ein Teleporter What the hell Okay Jetzt bin ich Was ist denn da hinten Achso Ne Jetzt bin ich gespannt Wollen uns die Teleporter führen Aber das ist definitiv der Ort Wo 100%ig Radar sein wird Jetzt will ich gucken Wo ich lande Ich lande Schloss Rotmähne Oh Oh Ich bin jetzt drinnen Okay Das ist noch zu früh Das traue ich mich noch nicht Das traue ich mich noch nicht Aber jetzt weiß ich schon mal Wie man da hinkommt Markiere ich mal Da Machen wir das ja Zack Das wird spannend Wenn wir irgendwann mal Diese Burg anfangen werden Oder das Schloss Ja gesagt Zack An einen anderen Ort reisen Und jetzt sind wir Wieder ein Schloss Rotmähne Okay Beide Teleporter führen Zu Schloss Rotmähne Okay Okay Das ist komisch Dann gehen wir Hier hin Ich hätte jetzt nicht gedacht Das beide Teleporter dahin führen Und versuchen dann Wie versuchen wir dann Das Schloss Zu erobern Oder die Burg Ii was hat die denn für Viecher Euch ignoriere ich gekonnt Ich breite mal schnell Voran Oh Bei die will ich auch Gekonnt ignorieren Zack Durch sind wir Und hallo Don't toot Don't toot Bro Call your tits bro Jawoll Ey 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 Ja Nicht mit mir Okay Don't toot At me Erstmal den Scheiß Bogenschützen tötern Uiuiui Schnell Fall Nein Nein Dodgen Nice Heilen Ei 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 Bam Nein Scheiße Die Waffe ist leider doch langsam Ach ja stimmt Ich hab noch keine Asche ausgewählt Bei der Waffe Ne Sollte ich mal ändern Bam Oh So Jawoll Wollte ich eine Asche auswählen Oh hallo Bam Jawoll Dann kann ich die eine mal trinken Und wie kam ich da nochmal hin Das ist jetzt die Frage Wie kam ich da rein Ich glaub außenrum nur ne Weil hier ging's nicht Ja da ging's nicht Ja da ging's nicht Dann Hier lang Yes Tut Jawoll Kurz nochmal hier nachschauen Das ist der Die Scheiß Gegner Ist ja überhaupt mein Eingang Ich seh keinen zumindest Aber da ist ein Item Äh Ignorieren wir Die werden scheiße Die will ich nicht bekämpfen Alleine sind die schon hart Äh Wir sind da Und er hat Bock auf uns Komm ich aber rüber Ich könnte da rüber kommen Zack Ja Und hier ist nichts Ne Kann ich nicht kaputt schlagen Okay Aber ich könnte die hier rufen Die könnten mir die Sache vereinfachen Äh Will ich das aber Warte 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 Ich könnte da runter Aber Ich Gehe da erstmal rüber Bam Und er stirbt nicht Das ist Sowas von ärgerlich Zack Wäre geil wenn ich hier Oh der könnte hier hochkommen Was war das denn nochmal für ne Waffe Deutsch Der ist noch nicht da Ich versuche das nur zu beobachten Zack Gut Hier ist nichts Anscheinend keine Mimic Und ein Katar Was zur Hölle ist ein Katar Jetzt bin ich gespannt Eine Faustwaffe Die skaliert Okay Nichts besonderes Einfach eine schnelle Waffe Wahrscheinlich mit der Knochenhand Kann man kombinieren Schätze ich So Wo ist der andere Boy Da Das wird jetzt ein bisschen scheiße Ich will ihn gerne besiegen Aber wenn ich sterbe Dann Wisst ihr Und schnell beschwören Und schnell beschwören Rudenbogen Okay Scheiße Eine ist tot Heilen Heilen Oh mein Gott Okay Der ist scheiße Ja Marikas Fall Dich will ich haben Ich bin so langsam Und der ist so schnell Ich hasse es Dass ich so langsam bin Kann man dieses Tor nicht scheiße Mal aufmachen Und jetzt habe ich auch Weniger Stats Ja Moin Ausrüstung Ich will das nicht verlieren Ich will meine Sachen nicht verlieren Ich versuche das jetzt Bam Jawohl Und kletter hoch Bop 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 Na noch mal Zack Ja Nicht Oh Gott Nicht runterfallen Ich gehe lieber doch hier lang Versuche den einen zu töten So Weil dann kann ich wieder Sprungangriff machen Und dann Versuchen die Scheiße zu beschwören Bam Jawohl Nutzen Inventar Was war denn auch mal Das hier Okay Zack Ich muss den irgendwie ablenken Ich hoffe der springt nicht hoch Und direkt Und direkt Die Scheiße hier holen Nice Ich kann es deckern Nein Er aber mich auch Nein Weg 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 Heile Loi Der war oben Für den Moment Junge chill Ich stege da hin Aber Sehr schön Oh oh Heile Zwei tot Nein Nein Tot Jawohl Wir haben ihn Kriegsasche Löwenkralle Okay Das war es Nice Wir haben es geschafft Ob das was besonderes war Ich weiß nicht Aber wir haben es geschafft Wir haben diese Burg Zumindest Erobert Dann zack Hierhin Wie viel Haben wir Von den Runen Ja Das reicht nicht Ich teste das mal aus Vielleicht kriegen wir ja genug Zack Das reicht leider nicht aus Wir brauchen wahrscheinlich 2,2 oder so Ja Ungefähr 100 Was wir machen könnten ist Da wir ein bisschen Ein paar Sachen mit Überfluss haben Zack Das wir Ein paar Sachen mit auch verkaufen Ne Können wir die hier verkaufen Ich hoffe es Doch Oh oh CPU wieder hoch Haben wir nicht Ne Ne Kaufen Wo kommt man nochmal verkaufen Bei einem Händler oder so Ne Ja Okay Hier kann man nichts verkaufen Vielleicht bei dem Schmied Ich weiß es glaube ich nicht mehr Ach gar nicht mehr Mal nicht Nicht glauben Okay Ich kann ja mit dem reden Weil Ich Geh Nein Wir zeigen ihm nicht den Trank Das habe ich gelesen Wir sollen ihm nicht den Trank zeigen Schmied Bist du da Ja Ich verwechsel immer den Ort Hoffentlich kann ich bei dem verkaufen Verkaufen Da Dann können wir Ein paar Sachen verkaufen Die wir im Überfluss haben Wie zum Beispiel Geschwerte Getreutern Und dann Einmal das hier Ich verkauf mal Duplikate Zack Duplikat 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 Wir haben fast Genügend Ne Scheiße Uns fehlt noch ein bisschen Da können wir ein paar Materialien verkaufen Ne Obwohl Ne Ich gehe dann einfach Zu Kaled Hier hin Und dann Such mir Oh ne Scheiße Die wollte ich gar nicht hin Dich verwechselst Immer wieder Das ist die scheiß Höhle Da bin Oh never mind Ach die Höhle war hier Never mind Alles richtig gemacht Und dann gehen wir mal die Leute klatschen Ne Wie starksack hier Eieiei Schwach seid ihr nicht Aber Na Nein Junge diese scheiß Hunde Das reicht eigentlich auch Dann kann ich schnell kurz zurück Und dann level up auf Ausdauer Oder auf Geschick Ich glaube Ausdauer Obwohl ich könnte ja auch Auf Stärke gehen Aber ich gehe auf Ausdauer Also auf Kondition halt Zack Und dann reite ich an euch Nicht vorbei Sondern bekämpfe euch Ah Nein Junge Mann Dieser scheiß Hund Komm her Jawohl Get Fucked Jawohl Und dann nur noch du Jawohl So einfach geht's Egal Weiter geht's In diese Roten Zümpfe Will ich noch nicht hin Weil Ich da jetzt hin will Was ist denn da Ist das ne Ist das nichts Ist das einfach nur so ne Kerze Oder jemand dort gestorben Ah ne Stimmt Da war ja was Ne Da will ich noch nicht hin Später irgendwann mal Weil diese Diese Scarlet Rot Ist ja eigentlich Du verfoulst ja hier Und bumm Und ausholen Ah Nö Alle Okay Hier ist aber Was Uiuiui Das sind Nicht weniger Ruinen des Wegpunkts von Kaled Okay Oh ne Junge Fuck you Ich muss jetzt schon heilen Weil die machen nicht wenig Schaden Bam Da ist Tränke wieder voll Ich muss vorsichtig sein Nein Uiuiui Ne Oder Heile Nice Oh lösch Das ist kein Blutung Das ist kein Blutung Sondern Scharlachen Foul Fäule Foul What the fuck Ja ich bin am Arsch Ne Was soll ich dagegen machen Gegen diesen Debug Junge Und die sind so Beschissen Ne Boah Sind die Hundescheiße Ja Was soll ich jetzt machen Ne Ich bin jetzt Mit dieser scheiße Verflucht Ich muss zurück Ne Ich such mal kurz nach Jetzt muss ich gucken Gibt es irgendwo einen Händler Da Vielleicht hat der Kann ich ja bei dem was ausrüsten Was gegen Scharlach Verfaulung hilft So Das ist ja mega scheiße Alter So ein dämlicher Debuff Boah Ist das nervig Komm schon Alter Wo ist der Boy Der müsste hier oben sein Da Da sitzt er schon Brauchen Äh Flammen Ein Nutz Ja ja Bla Der hat nichts Was ich brauche Scheiße Ja Habe ich gemerkt Dass du wenig anbietest Ich muss jetzt gucken Ob ich Irgendwas gegen Diese Verfaulung habe Weil wenn ich nichts habe Werde ich da Hart leiden In diesem Gebiet Als ob das Gebiet Nicht schon schwer genug wäre Gibt es dann auch Diesen Verfaulungs Debuff Hier Zack Hallo Kollege Ja Wenn du was gutes hast So Dann gucken wir mal Nee Giftbelastung Das ist nur Giftbelastung Das ist natürlich scheiße Gehen wir mal zu ihr Wir können ja nur noch die zwei Sachen kaufen Äh Warte wir gucken mal Wir gucken mal Inventer Nee mehr haben wir nicht Okay Scheiße Muss ich das Nee wir haben keine Wahl Wir müssen durch diese Gegend kommen Wir müssen irgendwie durch diese Gegend kommen Das wird Oh Mann Das wird sowas von schmerzhaft Fuck Fuck Ich markiere mir noch diese Stelle Mit Tod und Verderben Ergert Ergert mich so sehr Euch ignoriere ich mal Ich muss noch entscheidend leveln Boah Achso Warte mal Und Bup Fuck you Oder mach ich doch diese Ruine Ich weiß nicht ob ich sie jetzt machen soll oder nicht Weil Diese Hunde sind nervig Ohne Ende Jawoll Äh Bam Ich glaub Oh nice Ich glaub ich bleib mal Auf meinem Pferd Vielleicht hilft das mir eher Wo sind die scheiß Hunde Die kommen von links Die kam noch von irgendwo Okay Nice Oh Gott Oh Gott Ich hänge fest Nein Jawoll Nein Nicht nochmal Aha Mann 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 Und stirb Gut Lief besser als erwartet Oh hallo Mein Sohn Stirb bitte Diese Waffe ist echt gut Auch wenn die lahm ist Hopf der Großen die Bälle Okay Und tot So hallo Und tot Oh nein Mit 1 HP überlebt Nein Oh 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 Und da ist was Ich hab was gehört Oh Gift Alter Wie viel Status Effekt hat Khaled Ja So Alter Ich bin grad so hart nervös Ne Ich muss Und tot Gut Und noch ein Gift Okay den kriegen wir Easy Na Bro Jawoll Fäulnis Fett Wenn das mir Wenn ich irgendwas gegen Dieses scheiß Fäulnis hätte Oh nö Da ertrink ich mir allein Oh hallo Wie sollte die Waffe nicht ausgewählt Oh man Bewegt euch doch nicht Jawoll Fucking Arschloch Das war's Hier gibt's sonst nix zu entdecken Okay Oh das ist ein Hund Das ist ein Hund Das ist ein Hund Ist das der gleiche Ich glaub schon Oh oh Ausweichend What the fuck Ist das Schneller Weg Und reiten Und Komm her Nein Wieso springst du so rum Du kleiner Scheißköter Alter Jawoll Und jetzt bist du tot Mein Gott Scheißhunde Tja das hat dich noch nicht getroffen Ne Arschloch So was gibt's dir jetzt besonderes Dass es so ekelhaft gemacht wurde Giftblüte Keine Ahnung Geht's hier noch irgendwie runter Warte ich kann ja die Markierung Jetzt ja weg machen Zack Warte mal kurz Mich irritiert immer eine Sache Okay nevermind Okay Ist bei mir einfach noch so Gut Gibt es hier was besonderes Außer Köter Ne Zwei in dich bitte Dankeschön Auf dein Pferd Fuck you Kein Hund Kein Hund Kein Item Kein Item Okay Oh du bist Ich hab dich gar nicht mitbekommen Jawoll Giftpilz Okay Ach eh Was seid ihr da für Viecher Oh nein Oh nein Oh Okay Limpfau Jawoll Sehr schön Und dann gucken wir mal nach unten 100 Proben Boss Weit unten Boah ich seh nicht ne Das hasse ich so sehr Wenn ich nichts sehe Mach mich richtig aggressiv Da fuck ist das Sowas hab ich noch nie gesehen Das sind ja mal richtige Katakomben Weh hier sind Hunde ne Irgendwas ist hier Ich hab irgendwas gehört von der Seite Was ist das Oh 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 Gott Jetzt muss ich aufpassen Ich darf nicht vergiftet werden Da ist hier noch jemand Oh Komm Geh nach Hause Junge Geh mal kacken So Gift Lass nach Bitte Nein So Da sind so viele Gegner Heilige Scheiße Kann ich meine Scheiße hier rufen Let's go Mach die fertig you boys Reiner in die Olga Komm folgt mir Freunde Folgen die mir doch Ja die folgen mir Nice Ehre Upsa Markiere doch bitte Jawohl Ehre Und tschüss Uiuiui Boom Meine Güte Halt doch mal still Zack Jawohl Und diese eklaften Geräusche Die die machen Ne Sehr schön Ehrenretter Sehr schön Kuss auf Nuss Okay Ähm Das heißt Wir haben das geschafft Und dann Öffnet jetzt Diese Scheiße Nichts Keine Mimik Und keine Falle Was Meteor Klinge Die haben manchmal so geile Namen 18 Weisheit Löst Blutungsschaden aus Okay Mir fehlen nur zwei Weiß Nur noch zwei Weisheit Warte mal kurz Gucken wir uns mal an Ich glaube ich habe noch die Waffe Lul So wo ist sie jetzt Äh Fuck ich habe die Waffe jetzt verloren Da Ja effizient ist es nicht Das stimmt Boah ist sie schnell Uiuiui Okay Was hat die jetzt Schnittstich Okay ich verstehe es nicht Okay Aber Blutungsschaden ist nicht schlecht Ne Warte wie viel Schaden macht meine jetzige 391 Und die würde jetzt Äh 184 Plus 47 Warte 184 47 Sind dann 231 Glaube ich Wenn ich mit Nein Doch 231 Plus 28 Sind dann 258 Glaube ich Ja ne Meine jetzige Waffe ist halt Verdammt stark Obwohl die ist aber schneller Und die ist noch nicht mal gebufft wie diese hier Aber dafür brauche ich Weisheit Ja Vielleicht sollte ich nicht auf Stärke gehen Wie ein Opfer Naja Ich glaube ich glaube ich gehe mal ein bisschen Weisheit oder Ausdauer noch So Dieser dann wurde auch erledigt Das wurde ja auch erledigt Perfekt Dann können wir weiter Danke Soldaten Ihr wart ehrenvoll Aber Weg damit Ich muss jetzt glaube ich Weisheit und Ausdauer gehen Um mal gute Waffen benutzen zu können Die schnell sind Äh ja Nice Solange du tot bist Bin ich glücklich Oh hi Boys Ihr verfolgt mich Äh folgt mir sogar Nice Dann auf Auf ins Gefecht Nice Die sind jetzt verschwunden Weißt du Okay Ist ja auch wurscht Gleich bin dann Sehr schön Und da ist irgendwie eine Ruine Oh hier ist eine Gnade Let's go Nice Setzen uns mal rein Und stehen direkt wieder auf Und ich habe mich schon immer gefragt Was diese Schalen sein sollen Ich glaube da sind nur ein paar Items drin Bitte sei hier kein Bitte sei hier soll kein Gegner sein Ich hätte echt keinen Bock auf den Gegner wieder Da waren wir schon Ja Hier ist glaube ich nur ein Item dann Sternlichtsplitter Okay Nichts besonderes Und die Wegweisung schickt uns dahin Okay Ich weiß nicht ob ich erstmal die Karte holen soll Ist es da hinten Achso okay Oh bitte nicht Bitte nicht spawnen ja Oh nicht fighten ja Die wollen sogar fighten Willst du mich verarschen Ich will Ich will nur die Sachen hier abholen Ja Verpisselt euch bitte Okay Es lohnt sich nicht Gegen die zu kämpfen Aber Die Sachen hebe ich noch auf Nice Goldene Rune 5 Schmeckt Sonst ist hier nichts ne Nö Okay Tschüss Material sammeln Verblaste Erdenblatt Blume Ich muss echt mal nach Nach dem Rezept gucken Womit ich Mir eine Resistenz Was hier Craften kann Was bauen kann Weil Ich hab hier echt Schiss Alter Wenn ich Verfault bin Das ist so ein ekelhafter De-Buff Gnade hier Nice Ich wurde gebetet Was für ein gigant bist du denn Boah mein timing war gerade On point Fuck you bloody Nein Sein timing war auch gut On point Stirb Jawoll Wir haben ihn Alter Das ist ein fieser Gegner Wenn hier ne Gnade ist Als ob hier auch kein Boss ist Das sieht auch so aus wie so ein Boss Areal Aber hier ist ein Drache Kann ich irgendwo Altar untersuchen Achso Ah Hier kann man Skills kaufen Ja nice Will ich das aber Ich hab Ich hab kein Glauben Und keine Arcane Nee Ich würde nur auf Weisheit gehen Aber auf Den Rest würde ich nicht gehen Das würde zu viel Ah Man kann nicht alles gleichzeitig gehen Das ärgert mich Oh ok Handbuch des Ur-Drachen-Apostels Ärgerlich Ärgerlich Ist hier überhaupt noch was Du kannst mir nicht erzählen Dass hier kein Boss ist Das sieht so offen aus Wenn hier nichts ist Dann ist halt Das ist echt komisch gemacht Oh 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 War ich nicht sogar dort Wo wir schon mal waren Ja Da wird uns ein epischer Boss Fight Wahrscheinlich erwarten Aber ich hab Schiss vor den Der soll sehr sehr brutal sein Oh ja ja Ich will echt nicht gegen Radaren kämpfen Der ist Ekelhaft schwer Und mit meiner jetzigen Ausrüstung Und mit meiner jetzigen Mit meiner jetzigen Level Ist das auch nicht Gerade Premium Sonst gibt es hier nichts Mein Arm juckt So Ups Na dann Weiter geht's Wir haben hier eine Drachenkombonierung gefunden Ja guck mal Das zeigt auch direkt schon hier hin Ah ne 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 Radaren ist noch viel zu schwer Bin ich mir 100% sicher Ups Oh jemals gestorben Ein Lymphau Ich hab immer noch nichts ne Drohne Ich muss gucken Irgendwo muss ich auch ein Rezept dafür finden Dass ich Das reduzieren kann Oh mein Gott Ne Die sind hier schon Ich hasse die Wo ist die Karte Die muss ja hier sein Ich seh die Karte sogar Oh die ekelhaften Viecher Boah die sind so ekelhaft Zeig mir die Karte Boy Oh da ist noch einer Karte gefunden Ja das ist doch Schloss Rotmähne Ja Wenn hier nicht Radar ist Dann weiß ich auch nicht Hier irgendwo im Osten Müsst ihr dann Die andere sein Ich hab ihren Namen schon vergessen Melanie Oder irgendwie sowas Oh was ist das hier Ist auch noch ein Schloss Und was das ist Will ich mir Erst nicht mal ausmalen Kannst du das überhaupt von hier aus sehen Ja Das ist der Sumpf Oder Ja Der Verfaulung Oh hier ist ein Verkäufer Lymphau Hallo Löhle Äh kaufen Gib mir Ditte Oh Ist das nicht sogar besser Als mein jetziges Das könnte besser Als mein jetziges sein Ne Und Notizvorteile Der Gravitationsmagie Warte mal kurz Inventar Ah nein Ausrüsten Meine ich Ist ja Ja 4 Gewicht von 4 Not finished Ne Aber es hat 5,5 Ist viel zu schwer Ne 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 Ist doch zu schwer So Dann gucken wir mal Was wir gerade erhalten haben Wo ist das Buch Ja Vorteile der Gravitationskraft Eine Notizverkoppel Gravitationskraft Kann fliegende Gegner Schnell zu Fall bringen Okay Äh Such das Atlas Plateau Im Reich des Erd Okay Da sind wir noch nicht Und ich kann Upsa Ich kann immer noch nicht Craften wahrscheinlich Ne Fucking hell So Dann muss ich mich jetzt Wohle Mit diesen scheiß Raben kloppen Dunkelkappelerist Läu Das wollte ich einfach mal Ein Gegner meiner Fresse Ein Boss sogar meine ich Nein Und aufladen Nein Ja das hat weh Oh nicht schon Bleib hier man Fuck Das wird ein Reitkampf Nein Verfehlt Ich habe nur das Pferd getroffen Aber nicht ihn Was Mann Was Oh nein Ich sterbe Oder Alter Dieser scheiß Dieser scheiß Diese scheiß Wurzeln Von dem Baum Nein Alter Wie laufen Die ganze Abends Verbeut Bro Okay Ich habe ihn nicht getroffen Okay Er kriegt ordentlich Schaden Glaube ich Haha Ja ich glaube ich sollte ihn Normal angreifen Der Kampf ist gerade Unspektakulär Aber Ich kann das Pferd Jedenfalls treffen Mann springt er nicht Über mir Komm her Uiuiui Mein Pferd ist gleich tot Come on Bruder Ich krieg dich schon Nein Verfehlt Uiuiui Jawoll Beide haben getroffen Nein Ausweichen Ausweichen Und umdrehen Nein Oh mein Gott Macht er aber auch Scham Mit seiner Kackwaffe Ich will die Waffe auch haben Nice Ich habe aber nicht das Pferd getroffen Aufstehen Aufstehen Steig ab Bam Bam Komm her Junge Nein Der macht auch Schaden Bam Junge Jetzt ist es ein ehrenhafter Kampf Aber Aber Oh aber Oh du Wichser Das ist kein ehrenhafter Kampf Ehrenlos Durch die Nacht Nein Unfair alter Ruft er sein scheiß Pferd wieder Nice Jawoll Und der stirbt jetzt beim nächsten Mal Und Bam Nein Ich sterbe glaube ich Alter Heilen Ja Aber der Der lebt nicht mehr lange Ich auch nicht Fuck Mann Der ist schneller im Angriff Und hat auch mehr Range Alter Come on Jawoll Meine Güte Und was kriege ich von ihm Giftige Giftiger Falter Okay Mann alter Du hast so wenige Reitkämpfe hier Dass es manchmal echt anstrengend ist Darauf klar zu kommen Naja Obso Ich wollte nicht Absteigen Boah Reitkämpfe sind für mich immer noch viel zu schwer Ich komme darauf überhaupt nicht klar Oh was ist da Was Was sind das da für blaue Flügel Und Scheiß Und da leuchtet auch noch was Ja Ja Ihr seid ekelhaft Ihr seid sowas von ekelhaft Ja Ich muss heilen Habe ich das gerade zweihändig oder einhändig Einhändig Oh ihr seid so ekelhaft ne Nein Heile Hä was Was war das der alter Ich war doch im buffer Bam Nice Hä Okay Boah Ich finde die so ekelhaft ne Fuck my life Nice Oh Das sind die Hunde Darauf habe ich auch Noch weniger Bock Oh Das ist aber eine goldene Saat Ne Da ist nichts Aber die goldene Saat Nämlich Null Bock auf Boah Alter Wer hätte gedacht Dass Kaelin so ekelhaft ist Ich habe Ich brauche aber Ich habe keine Heilung mehr Ich gucke mal kurz Was das blaue da hinten war Was ist das Das ist doch ein Boss Ja nice Hier ist eine Gnade Oh das sind Gegner Oh ne Nicht die Gegner Die sind ja auch scheiße So Erstmal Kriegsasche Dem haben wir noch Keine Kriegsasche gegeben Uh Kein Obwohl ne Nicht uh Das würde mir Mehr Schaden Wegnehmen Äh Ne Ah Was wenn Was wenn ich Das hier nehme Dann bleibt das Vergleich Ne Hier habe ich Definitiv weniger Schaden Auch weniger Schaden Auch weniger Schaden Das wäre eigentlich Nicht mal so schlecht Ne Ähm Weil dann jetzt du Ähm Ähm 360 plus 52 Sind dann 4 Oh Könnten wir auch mal machen Überleg ich mir mal Aber erstmal machen wir Standard Zack Habe ich überhaupt Ein Item Womit ich gerade Ja Wollen wir mal nutzen Weil damit ich ein Level aufsteige Hoffentlich reicht es auch Ja Und dann das nächste noch Das reicht nicht mehr Scheiße Okay das reicht nicht Dahin kann ich noch nicht Das ist Obwohl Das ist das einzige Ah Da werde ich die ganze Zeit Verfaulen Jawohl Danke Hier gibt aber so Wenig Oh Hallo Und Tschüss Oh nein So jetzt aber So ich schaue mich mal kurz Hier um Hier ist doch bestimmt auch Irgendwann mal diese Diese wandelnde Mausoleum Oder Äh Schmiedstein Let's go Schaue mich mal nur ein bisschen Um ohne rein zu gehen Weil Da hinten ist doch was Ich sehe es minimal Sumpt von Ionia Warte Muss ich nicht sogar hier Irgendwann hat doch was von Sumpt von Ionia Gesprochen gehabt Glaube ich Bin mir nicht mehr sicher So Wir schauen uns ein bisschen um Nur ein bisschen Was bist du Alter Ein starker Gegner Und Aber auch ein stylischer Gegner Mäste sein Leider bist du tot Du warst ja ziemlich schlecht Alter Ah Ah ne Ich will ja tiefer rein Ne Die sehen doch aus Wie die Wie die Wie sie eine Ritterin aus dem Trailer Okay Ich habe dich auch gesehen Äh Aus dem Augenwinkel Jawoll Leck Oh Du wolltest irgendwas Carsten Was ist da mit Carsten los Nein Oh Wtf Und tschüss Äh Gibt es etwas besonderes Oder warum Schicken Nämlich Hier kann man hier hin Hier ist nichts Ist du ein Boss Kommander O'Neill Okay du bist ein Boss Scheiße Ich will dich eigentlich nicht bekämpfen Um ehrlich zu sein Tschüss Ich bin gerade so unvorbereitet Ich will auch nicht mal eine 24.000 verlieren Jungen Wie weit will er mich Wieso Oh Was ist Oh Was ja auch ein Geld Hab ich gar nicht mehr realisiert Kann er mal die Bossleiste weggehen Ich will einfach nur Danke Ich will eigentlich nur hier hin Okay Wir gehen den Bosskampf ein Aber erstmal Level Up Stufenaufstieg Kondition Oder doch Weisheit Ich glaube Weisheit Ich gehe Weisheit Kondition mache ich bald weiter So Und jetzt versuchen wir Moment mal Ich wollte schon sagen Warum habe ich keine Tränke dazu bekommen Ach da Meine Güte Ich habe auch das falsche Okay Nevermind Flaschen Nice Hab noch eine extra Ladung Und kann ich die noch verstärken Schade Ich habe keine heilige Träne Okay Hab jetzt aber Tränen Ach Tränen Zehn Slots Das ist schon mal gut Und jetzt versuchen wir uns am Boss Das wird schon schief gehen Was bist du dann Achso du bist einer dieser Viecher Ja Du warst mal einer dieser Viecher Komm her Boss Oh warte Das ist ein Teleporter oder Ist ich das richtig Ne das ist was anderes So wo ist der Boss So wo ist der Boss Hä Hä What the fuck Ach come on Ich werde invaded Ja toll Das kann ich nicht gewinnen Ich bin direkt gedebuffed Ja Leck mich doch am Arsch Ja ich verliere das Ich habe einen Debuff Auf mir Uiuiui Geile Waffe By the way Toll Ich werde das verlieren Oder auch nicht Na tot Alter Die können doch nicht Ja Ich weiß nicht Ich hätte es vielleicht gewinnen können Aber Mit einem Debuff Und den Gegnern Ne ist das schon ekelhaft Ich habe meinen scheiß Runenbogen jetzt verloren Okay merken wir uns Das ist ein Invader Ich habe aber noch einen Zum Glück Äh Und jetzt gucken wir mal Hier ungefähr Ist Ein Fight Gut Ich wollte schon sagen Warum hat der mich Von dem scheiß Reittier gekickt Alter Dabei war es einfach Nur eine scheiß Invasion Ja Sumpf Sumpf Von Äonia Äh Ich mag das Jetzt schon nicht So Wo ist der Boss Auf die kann ich gerade Verzichten Auf diese Teile Genau hier war der Ne Ich packe schon mal Meine Homies aus Let's go Homies Oh Gott Er ist tanky Er ist tanky 100 pro Uiuiui Eilen Der ist ultra tanky Und Aim hat Oh mein Gott Äh Ich glaube ich bin vielleicht doch nicht Bereit für diesen Kampf Ok ok Ich weiß nicht Ich muss mich um die Geister Als erst Ich kann immer versuchen Das mit einem Pferd zu machen Oh ich merke jetzt gerade auch Äh ja Ich merke gerade Sowas von Dass ich Ja Ich habe meine Rune verloren Egal Los geht's Freunde Ich kümmere mich um die anderen Rune ist Was da Nice Ah ihr Fokust mich Fuck you Bloody Nein Boom Boom Nein Wieso Jetzt mehr Ich hoffe nicht Wenn er jetzt mehr Leute ruft Ist das Überhaupt nicht praktisch Für mich Oh nein Ok Abstand Abstand Aufladen Nein Das hat verfehlt Komm her Junge Nein Heile Was macht der Abstand 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 Okay Hat der Überhaupt nichts gebracht Nice Ich habe so wenig HP ohne meine Rune Ne Sehr schön Oh oh Boom Aha Boom Aha Es sieht bis jetzt machbar aus Ich weiß aber nicht ob er eine zweite Phase hat Oder Nein Das war jetzt unglücklich Und ich war Fat Roll Ah ich war greedy Weil ich den Gerippt Repostet habe Oh er kann auch Schadachfeule Oder ist das der Boden Oh Okay Ne 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 Ich muss auf dem Pferd bleiben Ich muss auf dem Pferd bleiben Das war dumm von mir Ich war greedy Weil ich dachte Oh ich kann jetzt extra Schaden machen Weil er am Boden liegt Zack Und daneben noch mal Homies Let's go Ich gucke mich wieder um die hinteren Leute Einmal Zwei mal Uiuiui Der kam doch näher ran als erwartet Nein Oh Ich sterbe Ja ich kann nicht mehr aufstehen Fuck Fuck Ich bin dumm Ich bin dumm Ah ich stelle mich so dumm an Der ist nicht so schwer Der ist nicht so schwer Wenn man einfach vor dem Weg reiten kann Ah scheiße 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 Nochmal Nochmal Konzentration Let's go homies Leck Ich stecke fest Einmal Nice So Und Jawohl Okay Meine home ist leider auch tot Nein Chill Hat nicht ganz funktioniert Okay Meine homies Sit down Nein Okay Komm her Gut Nein Nein Nicht die scheiße Alter Okay Ich muss abwarten Ich muss das abwarten Weil Dieser Debuff ist ekelhaft Ich hab da keinen Bock Was dagegen zu tun Ah knapp Aber diese Diese Verfaul Dieser Verfaulungs Debuff ist so ekelhaft Nice Jawohl Wenn ich die ganze so weitermache Nice Nein Verfehlt Scheiße Aha Nein Diesmal bleibe ich hier Oh das war knapp Ne 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 Aufladen Wieder So Und Bupp Haha Ich will deine Waffe Haha Oh oh Nein Verfehlt Bupp Okay Wenn er so No 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 Was macht der Ah nicht schon wieder deine Brüder Nein Ich muss aufpassen Ich muss hier als erstes Fokussen Weil die könnten echt nervig sein Nice Einmal Nein Ich weiß nicht was er gerade macht Ah ich muss Ich muss irgendwie Abstand halten Oh leu Nice Einer tot Zack Und aufladen Jawohl What Was zur Hölle war das Einfach gewannetet Ich hab doch nicht als erstes getroffen Junge Ey das war jetzt Bullshit Das war kompletter Schwachsinn alter Mann Das sah sogar so gut aus Ich fahr mal mit meinen Homies erst mal So Zwei Hits drauf gekriegt So Kommt her Freunde Nice Oh leu Das hat mich getroffen Nein Jawohl Der überlebt Willst du mich verarschen Okay Das läuft hier jetzt schon scheiße Da ist einer Und ein HP wieder überlebt Willst du mich natzen So und Bup Nein verfehlt Weißt du was So Und Homies Let's go Nein 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 Zack Und let's go Zack Diesmal schaffe ich den Komm her Jawohl Tja Bin diesmal außerhalb deiner Reichweite Junge Du kannst mich nicht debuffen Komm Das ist ein bisschen ungünstig zu kämpfen Das ist eine Ecke Hup Hup Oh das war knapp Jawohl Hup Hup Nein Verfehlt Jawohl Komm her Junge Hup Nee Diesmal Fall ich nicht wieder drauf rein Ha Verfehlt Junge Das funktioniert Lul Okay Wir sollten es nicht übertreiben Zum rückhaltischen Schild Lul Jawohl Jetzt hat er wieder seine Homies Vor denen sollte ich aufpassen Jawohl Die sind echt ekelhaft stark Einer tot Gut Ich kann hier halt one hiten Wenn ich meinen Chargeangriff mache Oh ne Das hat nicht ganz getroffen Leider Oh ich muss vorsichtig sein Nein Hat nicht gereicht Ach Bafle die gerade Könnte sein Jawohl Beide tot So jetzt müsstest du Einfach sein Null Nein verfehlt Oh oh Aufpassen Heilen Sicher ist sicher Nein 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 Ich bleib mal auf der sicheren Seite Bevor der mich wieder one hitet Verfehlt Wow Und Ende Ja so schwer war der jetzt nicht Alter Fuck my life Kommandantenstandarte Und Reine Goldennadel Okay Oh hier ist sogar eine Gnade Let's go Schmeckt Da guck mir mal was wir Inventar Ne erstmal Ausrüstung Brauche ich für diese Standarte Irgendwas besonderes Stimmt Ich könnte mal die Waffen Verkauf die scheiß Spitzhacken Wo ist die Standarte Ist das die Ja Nichts Stärkester Geschicklichkeits Die ist sogar schwerer Ne Die ist nicht mal schwerer Als meine jetzige Waffe Ich Idiot Sammelt euch Okay Okay Das ist schon mal gut Und das Und das andere war Inventar Das ist irgendwie ein Schlüsselitem Oder so Ja Zerbrochene filigrane Nadel Aus reinem Gold Was sie bringt Keine Ahnung Aber wir rasten erstmal hier Wir haben diesen Boss hier geklatscht Ich kann zwar hier nehmen Aber das ist ja null Yes Ich weiß nicht ob ich das Fighten will Vor allem da ich jetzt 12.000 habe Aber will ich den Will ich den Invader Fighten Ich brauche hier aber Einen Ort wo ich Stehen kann Brauche so eine Erhöhung Ja Genau Ich will hier oben kämpfen Wo ich nicht Diesen Debuff bekomme Falls ich Falls ich überhaupt hochkommen könnte Ja Bin oben Sehr schön Na Was ist denn dein Problem Kommst du hier nicht hoch Oder und wie du hochkommst Ja nice Okay Und one it is mich Scheiße Ja Kommt davon Wenn man langsam ist Ne Wenn man noch Fat Rolls hat Tollu Ich habe vergessen Dass ich Fat Rolls hatte Scheiße Ich muss die Rune wieder benutzen Inventar Oh das schmerzt jetzt Ne Weil es mein letzter ist Oh das tut so weh Dass ich jetzt Verwenden musste Damit ich nicht mehr Die Fat Rolls habe Oh Ich hasse diesen Ort Mit jeder Faser Meines Körpers Na So Ich kann hier nicht rufen Das ist ärgerlich So Die ist aber so schnell Ne Bitte nicht verlieren Tollu Oh fuck Nice Nein Nein Trink die Eisgalt Ich sterbe aber Holy shit Ich sterbe Oh na pro Ja Ich sterbe Oder Jawohl Ich habe die geklatscht Oh wow Okay Ja Es ist tot Sakramentenknospe Goldene Rune Drei Fünf Und zehn Maschallah Nice Das ist halt gut Weg damit Gibt es hier noch irgendwas Alter Dieser Ort ist so ekelhaft Ist das eine Höhle Ne Das ist eine Ruine hier Was sagt er mir die Ruine Ruine der Straße der Weisen Oh lol Was ist Da mit Carsten los Bitte alter Ich will hier Ich will hier diese Ruine nicht erkunden In diesem scheiß Mock Alter Oh lol Nein Aufpassen Und jetzt Genau 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 Oh was verfreut mich da Vergiftung Bam Oh fuck verfehlt Jawohl Räumen mal Räumen wir Räumen wir mal hier auf Oh das ist ein Item Da Dich nehmen wir auch auseinander Nein Verfehlt Boom Was So Woher kommt der Gift Woher kommt der Gift Aber da war noch die Giftwolke Giftpilz Nice Zack Äh Gehen würde 18 Ist nicht so stark wie die Andere Aber hat ein S scaling Auf Weisheit Oh Holy shit Und verstärkt Gravitationszauberei Ich hab keine Ahnung was Gravitationszauberei ist außer den einen Skill den ich habe Den ich aber nie benutze Oh hallo Ist das eine größere Pflanze dort I don't know Wir sollten vorsichtig hier vorgehen Ne das ist eine kleinere Oh Parfümflasche Was bringt die Parfümflasche Ah fuck verfehlt Boom Ich will nicht von meinem Pferd absteigen Auch wenn die Kämpfe damit einfacher wären Ich will einfach nicht riskieren Dass ich vergiftet werde Ah nicht mal vergiftet sein Ja doch vergiftet auch Aber ich meine Verrotte Bro chill your base Ah Oh hallo Oh hallo One hit lul Nochmal one hit lul Oh ja Toll Ich muss mal Abstand gewinnen Hier sind viele Leute die mich vergiften wollen Nein Fuck verfehlt Hallo Und verfehlt Scheiße ich darf nicht absteigen Ne Upsalat Den hab ich Gekonnt übersehen So einer tot Ich halte mich mal sicher Man weiß ja nie Was einen da erwartet Ups Verfehlt Sehr schön Wie ein junger Meister Alter nicht vergiften Ja ich hab keinen Bock Jetzt an Mein Gegengift auszupackern Ach komm Wo ist dein Aimbruder So Und da geht's runter Hab ich gerade gesehen Nein Ah jetzt aber Boom Ah jawohl Hat noch getroffen Und bloody Bastard Jawoll Und du gehst mir nicht mehr Auf den Stick Jawoll Ende Gelände Sehr schön Und hier geht's runter Bitte kein Bossfight Ja Ich hatte gerade schon Zwei heftige Kämpfe Hinter mir Oh So Falle Und schnell wegrollen Falls das eine Falle ist Ne Zum Glück keine Falle Steinschleuder Ah das sind die Gravitationsmagien Jetzt kriegen wir ein paar Not bad Backdamage Weniger Gewicht Und Gibt's hier noch was wir entdecken Außer dieses scheiß Gegner Ne Jetzt sind wir wieder hier Ne Ich glaub wir haben alles erkundet Leu Eigentlich wollte ich hier nicht hin Aber im Endeffekt Aber im Endeffekt haben wir jetzt alles erkundet Glaub ich Keine Ahnung was das ist Einfach nur Verfaulung Ist das ein Gegner Oder was ist das Was zum Fick Bist Oh nein 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 Du verfaulst mich Hundertprozentig Oh 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 hier sind auch die Fußschritte Ah man ich will das markieren Eigentlich Aber warte mal Was ist das Ding Ich hab nur gelesen Dass man die attackieren kann Oh leu Ich hab das komplett übersehen Was soll Was soll ist das da Sind die Tanki Ja Das würde mir zu lange dauern Kaled Wieder So Silja Statt der Zauberer Oh la la Aber durch hier kommen wir noch nicht rein Ne Ne Dafür muss ich wahrscheinlich wieder Bedingungen erfüllen So erstmal Wieder diese Fußstapfen Ich hab nur keine Ahnung wie ich die je schaffen soll Oh Kann ich hier rein Ne Schade Ach das war die Stadt die ich gesehen hatte glaube ich oder Da komme ich auch noch nicht rein Ja Oh leu Nein Ich stecke fest Ich stecke fest Oh ich hab ich gar nicht kommen gesehen Und die haben diese scheiß Angriffe Oh leu What the fuck Der hat das schon geblockt Komm her One hit Bam Bam Get fucked Uff alter uff Will ich das jetzt schon angehen Ich glaube eigentlich nicht Weil das ist wieder zu viel gerade Ich will einfach nur ne Gnade in der Nähe finden Oh hallo So Oh leu Was Oh Okay Let's go Warte Ich muss anlaufen nehmen Und jetzt Einmal durch Oh fuck Ich hab die falsche Stasse gedaukelt Ich Idiot Egal Ich hab ich ziemlich aus Versehen geheilt Äh Und jetzt Jaja du bist tot Gut Und ich hab jedenfalls wieder volle Flaschen Oh Aristokratenkleidung So Hinter mir Was bist du da Alter Ich weiß was du bist Du bist tot Ah Ich will das nicht machen Alter Ich war eigentlich auf ganz anderen Wegen Aber das ist die Stadt der Zauberer Vielleicht ist Find man hier was besonderes Bam Nice Boom Gibt's hier keine Gnade Alter Ich darf mir nicht erlauben zu sterben Oh leu Nein Nicht mit mir Ich hab die ultimative Zerstörungswaffe Auch wenn die lahm ist Bitte Sag mir nicht dass hier ein Gegner da näher ist Der mich jetzt gleich von hinten zerstört Loh Was Egal Tod ist Tod Oh hallo Und tschüss Oh leu Wie viele Gegner sind hier Wo ist er Wo ist er Da Oh Aufpassen Zack Jawohl Rechts von mir Da Alter Was Ist das ein Gemälde Nein Ist das ein Gemälde Lange nicht mehr gesehen Kann auch was die Gemälde bringen Gemälde Rotmähne Achievements Oder so Rohwerfrucht Okay So Ich glaube Hier ist erst mal Gesäubert Ich könnte da hoch Nur frage ich mich Wie Wie komme ich da hoch Ne Ne Okay Wir gucken ob wir hier hoch können Ne Limpfau Junge die sind wie cool Marinetten Soldaten Vogelhelm Geh da mal hoch Junge Oh ich kann ja den Baum Weiter hoch Klettern Und da Guck mal Okay Not bad Ziemlich cool gemacht Zack Und hier hoch Und dann hier hoch Was ist das Entzünden Ein Siegel ist gebrochen Irgendwo in der Stadt Das Da Da Guck mal Da ist noch 100% Jetzt ein Boss So wie So wie Diesen Scheiß Oh da ist noch ein Gegner Das sei jetzt nur noch Ja Da ist es weg Und da ist eine goldene Saat Wie ich sehe Wie habe ich gerade die goldene Saat übersehen Bin ich dumm Die Antwort lautet ja Zack Nicht fallen Oh mein Gott Zack Jawohl Was für ein Sprung Ja kriege ich jetzt überhaupt Ich muss Vor den Gegnern aufpassen Oh lol Da ist ein Magier Komme ich hier rüber Ohne zu fallen Yes Ey das war jetzt aus Das ist ja Inset Oh lol Jawohl Doppelschnitt Gib mich Gib mich Schmeckt Kann ich mit einem Pferd Darüber Nein Nein du Missgeburt Nochmal So Und zack Jawoll Und was kriege ich Steinschwert Steinschwert Schlüssel Schmeckt So Sind die Siegel hier weg Ne Das Siegel ist ja noch da Aber Oh lol Du hast mich hart erschreckt Nein Junge Halt da mal Ah Ah Ja Oh lol Junge Ich war Doch abgelenkt Jawohl Und du Besaubert Fuck you bloody Hier hoch Und die goldene Saat nehmen Die ich gekonnt übersehen habe Oh Hä Hä Oh ok Nice Das ist praktisch Wenn ich hier ne Wenn ich hier ne Gnade habe Da komme ich viel einfacher Hier hin Erkunde ich jetzt die Stadt weiter Ich weiß nicht Ich glaube später mal Ah ich brauche noch ein bisschen Nutzen Jetzt Ich glaube ich erkunde mal die Stadt später So und jetzt Weisheit wieder Wenn ich genug Weisheit habe Dann kann ich ja irgendwann diese Diese Waffe benutzen Wo ist die dann Könnt die Mitjocklinge kann ich ja jetzt schon benutzen Weil ich ja 18 Weisheit habe Durch meine Rune Aber die will ich ja noch nicht benutzen Die löst auch Blutungseffekte aus Eigentlich nicht mal so schlecht Partisan Wenn auch die Waffe endlich benutzen Ey ist auf Weißheit Ist so Episch ne Ähm Oder was habe ich mir nochmal gerade gesucht Nach dem Uchigatana Wo ist das Da 23 Mir fehlt dann noch 5 Ohne Rune 10 Wenn ich das habe Wäre es ziemlich geil Aber das dauert noch So Das markieren wir uns Warte mal Warum habe ich das nochmal so markiert gehabt Gucken wir mal nochmal nach Da war ja glaube ich was mit diesem Ähm Warte Ich will jetzt nicht so fallen Zack Willst du mich verarschen So meine Güte Uiuiui Der hat mich fast wirklich verarscht Das entzünden wir auch Ah ok Geht jetzt das Tor da auf Ja gucke mal Sehe ich ja gerade ne Nebelwand dahinter Ich weiß es nicht Zack Wir haben jetzt auch schon so spät alter Nice Wir gucken uns noch das hier an Und wenn es ein Boss ist Es ist sogar ein Boss Will ich es riskieren Ich habe keine Rune mehr Ich habe keine Rune mehr Ah das tut wehtun ne Komm den machen wir zum Abschluss noch Ich packe schon mal meine Homies aus Oh zwei Gegner Nice Schön zu wissen Oh laupeitsche Aber die kriegen ordentlich Schaden What the fuck Uiuiuiuiui Heilen Nein 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 Der hat ne geile Waffe So ne Schwert Oder so Sichelpeitsche So Nein Uiuiuiui Heilen Ich darf nichts riskieren Nice Einer ist schon mal tot Nice Nein Junge meine Homies Machen die fertig Guckt euch da mal Lol Meine Homies alter Leute hat doppelt Schild Ja das Schild hat dir nichts mehr gebracht ne Okay das war irgendwie komisch Fließendes Noxschwert Hab ich jetzt eine Waffe bekommen Warte 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 bisher hab ich jetzt эту Waffe auf Hose bekommen Und das is noch eine Kiste ne Wie ist denn das Noctus Leute da E, D, ok Die Wackelzug. Okay. Lol. Okay, ist cool. Ne, das macht das immer gleich. Aber das hier? Okay, und wenn ich das so mache? Naja, das macht nur diesen Move. Die Waffe ist ja doch kacke, Alter. I, weg mit der Scheiße. Kurz wieder einen Mann aufladen. So. Das ist eine Kiste. Hier ist niemand. Ich greife die Kiste an. Keine Mimik. Und kein Teleporter. Losers Schimmersteinstab. Auch ein Stab, okay. Da. Oha. 52 Weisheit brauche ich für diesen Stab. Was kann der denn? Was kann der denn sonst im Vergleich zu der hier? Die ist halt für Gravitation ziemlich stark. Aber... Guck mal, der ist sogar eine bessere Zauber. Die hat eine Vie... Hä? Warum ist diese Waffe denn... Ich verstehe es nicht. Wieso sollte man... Ich kenne mich noch nicht jetzt mit der Magie aus, aber... Die braucht Weisheit 52. Warum sollte die jetzt besser sein als diese hier? Die hat sogar eine bessere Zauber-Skalierung. Und irgendwie passiv. Ich weiß nicht. Ich verstehe es noch nicht so ganz. Ich verstehe es da ja noch nicht so ganz. Aber... Wir gehen da hin. Wird dann doch mit Kaylet... Äh... Also nicht... Doch, Kaylet wird warten, glaube ich. Denn... Wir... Ich... Ich weiß nicht, ob wir... Wir gehen irgendwann da hin. Das muss ich mir noch an... Stimmt, da gab es auch diese Gegner. Stimmt, stimmt, stimmt. Die habe ich vergessen. Die muss ich auch irgendwann noch machen. Aber... Wir gehen dann... Hier hin. Versuchen dann diese Gegner zu machen. Da ist auch was, wie ich sehe. Warte, gehen wir... Bevor wir aufgehen. Bevor wir aufgehen. Gehen wir mal kurz da hin. Wer weiß, was uns da erwartet. Warte, was war das nochmal? Ey, was ist das denn? Das ist jetzt... Achso, das ist... Das ist ein... Ach, stimmt doch. Jetzt weiß ich, was es ist. Da war ich ja schon. So, wir gehen mal hier schnell hoch. Stimmt, ich muss noch zum Baum, ne? Ich Idiot. Das muss ich auch noch. Aber... Wehe, hier ist ein Boss oder so. Ich bin jetzt nicht bereit für ein... Ach, nö. Diese beschissene... Funde, ne? Oh mein Gott. Der Schaden ist so ekelhaft. Na? Alter, der ist so ekelhaft, ne? Ne, ich bleib. Oder auch nicht. Junge, was... Der Steinbock. Oder der Bock generell. Der Bock, der richtig ist. So, jetzt stirbt. Bam. Meine Ge... Und du nervst. So. Da ist nochmal dieser große. Das sind zwei... Oh. Ich will dann... Oh, da ist auch noch... Okay, da ist auch noch eine Gnade, wie ich sehe. In der Nähe, dieser Scheiß Gegner, ne? Alter. Dem Angriff kannst du auch irgendwie nicht dodgen, ne? Ja, dieser Angriff ist so ekelhaft. Da muss ich aufpassen. Nein. Nein. Bleib doch stehen, Junge. Jawohl. Ne, ich steck halt nicht ab. So. Abstand gewinne. Genau wegen diesem Angriff. Jawohl. Tod ist tot. Hauptsache, die gehen wir nicht mehr auf den Sack, Alter. Die sind so scheiße stark. Und scheiße nervig. Oh, da ist ein Verkäufer. Den sehe ich schon bis hierhin. Erstmal entfachen, gibst ihr einen NPC. Oh, es leckt wieder. Das ist unschön. Hey, Bro. Was geht? Kollege? So, was verkaufst du mir? Samurai- Samurai- Schilf. Okay. Das sind ganze Samurai-Ausrüstungen. Und dann Notizpassage und geheime Höhle. Nehmen wir mal beides. Und wenn wir da schon mal dabei sind, können wir auch die Rüstung ja kaufen. Was ist das? Duplizierung von Kriegsasche. Okay. Ja. Und jetzt Ausrüstung. Ich könnte eventuell die dann tragen, wenn die... Die ist zwar schwächer ein bisschen, aber leichter zumindest, obwohl... Ah, Gewicht. Ne, die sind alle schwerer, wie ich gerade sehe. What the... Ach wohl, ne, nicht schwerer. Ich laber Bullshit. So, die gibt 13,5 und ist auch 10 schwer. Ei, deine Rüstung. So. Gibt's was leichteres, was auch stark genug ist. Ja, das hier. Ähm. Und dann... Fünf, sieben. Und dann sieben, vier. Oh, die sind bis jetzt... Ja, ne, wir bleiben hier mit. Okay. Gibt's irgendwas Besonderes? Ich könnte mal noch versuchen, bevor ich dann gehe. Ähm. Upsala. Beim Baum nachts schauen. Das ist ja auch meistens ein Boss. Hier ist nichts. Wir setzen uns hier mal dran. Äh. Wir gehen mal... Wir gehen mal zum Baum. Und versuchen's dort. Ist das der Anfangsort? Ja. So. Ich will jetzt nicht mal einen ruhenden Bogen verlieren. Wir gehen aber zum Baum. Aber wir müssen ein bisschen ausdrucken. Zack. Wird ja vielleicht doch vom Turm spawnen können. Oder von der Ruine, was auch sein soll. So. Seid ihr denn? Oh. Vergiftet der. Äh. Zack. Zack. Okay. Ah. Ich gehe einfach durch. Fuck it. Nehmen wir die da auch mit. Och nö. Ich kann da nicht durch. Da ist auch schon der Boss. So. Ich räume mal kurz hier auf. Ah. Na. Wie machen wir das? Als erstes den Linken, glaube ich mal. Oh. Juckt. Obwohl nicht. Ich habe noch was Rede. Beide auf einen Schlag. Jawohl. Hat sogar funktioniert. Jawohl. Jawohl. Okay. Und da wartet schon der nächste Boss auf uns. Niederer Erdenbaum. Stinkende Avatar. Schaden macht er. Ja. Ja. Oh Gott. Nein. Nein. Scarlet Rot. Eigentlich Scarlet Rot. Aber ja. Verrottung. Verfaulung. Ich will nicht verrotten. Oder verfaulen. Ja. Ich muss jetzt mal Debuff aufbauen. Ja. Oh. Nee. Ich hasse das. Ja. Ich sterbe. Weil ich dagegen gerollt bin. Oh Gott. Ja. Dieser scheiß Krug oder was es auch immer war. Hat meinen Weg blockiert. Ach. Fucking hell. Ärgerlich. Jetzt habe ich auch meine ganzen Sachen verloren. Mach ich den noch? Ich glaube ich mache den noch. Ich überlege ob ich den mache. Ich habe jetzt leider auch meine Scheiße verloren. Meine Ruhe ne. Aber Quick Roll ist noch drin. Nice. Komm her Junge. Okay. Nice. Zack. Heile. Ich bin wieder hier in einer ungünstigen Position. Ich bin wieder hier in einer ungünstigen Position. Ach man. Dieses Parthing. Zack. Ne. Nicht mit mir. Lol. Wie weit das reicht. Ich muss noch weiter zurück. Nice. Aber ich wünsche dir. Der könnte hier runterfallen. Aber wer Wunsch denke. Oh. Nicht wieder dieser Angriff. Jawohl. Nice. Bam. Tut weh. Aber hey. Nein. Oh mein Gott. Ich sterbe. Ja. Der hat mich fast gewunderted mit dem Angriff. Boah. Ekelhaft. Ich muss den schaffen. Ich muss den schaffen. Den will ich noch heute Abend schaffen. Bevor ich ins Bett gehe. Famous last words. Aber hey. Den kriegen wir schon hin. Wo ist meine Heiler? Da. Da. los homies. Los homies. Nice. Zack. Und sprengt. Und schnell weg. Alle tot, oder? Ne. Der eine lebt noch. Aber nicht mehr lange. Alle tot. Ne. Der eine lebt noch. Nice. Nö. Alle tot. Okay. Immer dieser Angriff. Der ist doch scheiße. Ärgerlich. Ärgerlich. Der ist halt fucking strong. Und ich will meine 5000 nicht aufgeben. Ich habe ne Idee. Ich habe ne Idee. Ich gucke mal ob ich diesen einen anderen Boss gemacht habe. So. Fuck you bloody. Das war knapp. Wir gucken uns mal ein bisschen hier um. Tra la li. Tra la la. Und gehen direkt einfach. Weil der macht halt mich fast one-at. Ich glaube ich brauche mehr HP. Oh hallo Freunde. Was ist denn da oben? Und zwar glaube ich die Karte. Ne. Das ist die Ruine hier. Genau. Wir gehen mal kurz hier hin. Ich weiß gar nicht ob ich den Boss gemacht habe. Ich glaube schon. Ich bin mir aber noch unsicher. Ich gehe mal von hier alter. Fuck that. Aber wenn ich den Boss nicht gemacht habe. Würde ich ihn jetzt machen. Wenn nicht. Wenn er schon gemacht wurde. Dann. Pech gehabt. Dann gehe ich halt off. Zack. Warte. Habe ich hier die goldene Saat schon aufgehoben? Wieso leuchtet es hier so komisch? Ja. Habe ich. Wollte schon sagen. Alter. Wenn die weiter leuchtet. Habe ich die nicht genommen oder was? Ich glaube aber ich habe das hier schon gemacht oder? Müsste ich eigentlich. Wenn nicht. Ne. Sieht dann nicht danach aus. Ich habe es wirklich nicht gemacht. Lol. Okay. Dann machen wir es eben. Okay. Ich kann keine Beschwörung auspacken. Dann machen wir den. Wir müssen jetzt ein bisschen stark sein. Nice. Sein Schild ist ein bisschen nervig. Ich sehe es schon. Nein. Zack. Nein. Ha. Nein. Verfehlt. Nein. Und es leckt gerade bei mir aus dem Grunsch. Ja. Oh lol. Warum leckt das? Die CPU rastet gerade aus. Oh no. Machen wir nochmal. Ist ja gerade irgendwie geleckt. What the fuck? What the fuck? Warum rastet denn gerade OBS aus? Einen Moment. Woran rastet das gerade aus? Komisch alter. Das ist gerade irgendwie komplett ausgerastet. Dann eben nochmal. Schaffen wir aber diesmal. Da ist er. Da ist er. Da ist er. Ging noch durch Man, der ist viel schneller als ich in der Hinsicht Nein, tot Nee, scheiße, scheiße, ich muss anders ran Ich muss mir das anders überlegen Dieser Schild ist so kacke, ich muss glaube ich Sprungangreffe machen Sprungangreffe kann mir hier echt helfen Was ist das? Nochmal Komm schon, wir schaffen das Ich hasse einfach nur diesen Scheißschild Heilern Heilern Oh, leute, in der Luft Nein, 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 heile Dieser Stampfangriff ist auch so scheiße Nein Nein Alter Heilung Leu, was war es? Leu, what? Heilung Mann Das wird echt scheiße Ey, was macht der? Junge Okay, das wird scheiße, der Kampf Alter, ich komme gerade da überhaupt nicht drauf klar Nein Was? Das hat verfehlt? Oh, ich bin hier stuck in der scheiß Stein gewesen Alter, what the fuck Das ist ja übelst stark Aber wenn er Nochmal Ich schaffe den noch Ich schaffe den noch, ich schaffe den heute Wirklich So Und irgendwie riecht sie nach Curry Let's go Let's go Wir schaffen das Ich glaube mit einer anderen Wache wäre es vielleicht sogar einfacher Ah, dieser Stampfangriff Heilen Heilen Was war es? Dann wieder. Da wird auch nicht gestaggert, ne? Und der Stecher? Ne, kommt kein Stecher. Der hat mich in der Luft verfolgt. Nice, das hat funktioniert. Okay, machst du deinen Flug? Ja, macht er und trifft sogar. Jawohl. Nicht so schön. Komm. Nice. Nein, nein. Heile. Nein, 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 nein. Heile. Jawohl. Geschafft, endlich. Aspekt des Schmelztiegels, Schweif. Und der hat nur 2001er gegeben. What the fuck, der war eigentlich schwer. Na ja, wir haben das letztendlich geschafft. Ich glaube, wir haben in Limgrave alles geschafft. Was wir wollten. Hier machen wir noch ein Boss-Markierung. Und dann... Ich glaube, wir sollten dann mal uns die Stadt anschauen. Na ja, na ja, na ja, na ja, na ja. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.